Hey Doutro und willkommen zu diesem neuen Video. Jetzt wollte ich euch sagen, wegen meinen Thumbnails, weil meine Thumbnails, also seitdem ich so meine Thumbnails bearbeite und so, seid ihr unaktiver irgendwie, also kommt mir so vor. Deswegen werde ich so mit Thumbnails aufhören. Also ich werde schon noch Thumbnails machen, nur selten mal ohne Text oder auch gar nicht mal so ohne Text. Und das Einzige, wie ich halt Thumbnail machen würde, zum Beispiel, ich würde jetzt einfach mal mit Jenny machen und es wäre halt trotzdem kein plötzliches Thumbnail. Also hier in dem Video soll ein plötzliches Thumbnail aber kommen. Und zum Beispiel halt so, das wäre jetzt zum Beispiel das plötzliche Thumbnail, aber ich mache halt so ein schönes Bild von Jenny. Zum Beispiel so. Und mit der weiteren halt. Und dann tue ich das halt auf YouTube in das Video reinstellen, aber ich tue halt dann keinen Text mehr reinmachen. Selten werde ich das dann, wenn auch machen. Wenn ihr versteht, was ich meine dann. Und ja, das war's. Und dann, tschaui!